so können es immer noch nichts tolles leisten aber es war die erste insel wahrscheinlich dann wird zuletzt schon 8 uhr morgens nach es mich wundert ist dass ich nicht rutsche aber hat mit die rutschen fahrstuhl es gibt nichts schöneres als fahrstuhl nette musik ein bisschen ich kann sogar jump damit yes jump 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 das war fies okay okay ready dann kann ich nicht mehr springen und wieder am anfang des levels ist ein was jetzt allerdings auch nicht die frage ist der bolt noch da muss ich es noch mal probieren ich habe gedrückt ich habe der ist zumindest nicht mehr da ach das abgedrückt weiß ich muss mit vielleicht tatsächlich mal mit dem ersten dem original controller spielen die mit so nachgemachten spiele und ich weiß nicht wenn ich die eine taste gedrückt halte dann nimmt er manchmal nicht die andere habe ich das gefühl es ist vielleicht ganz so optimal oder ich muss einfach mal aufhören die ganze zeit aufzuladen aber ich finde das immer relativ angenehm die viecher schnell zu töten falsche taste falsche taste ja ein bisschen können wir noch jetzt schaffe ich das auch ja 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 Ja, das Level ist echt knifflig. 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 Wow. Nein. Jetzt wird's übel. Oh, ich hab's sogar noch... Nein. Nein. Das gibt's nicht. Ah. Ah. Und wieder ganz von Anfang. Das gibt's doch nicht. Oh. 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 Oh, oh. 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 hoje. Oh Und bitte, seid zu Ende. Alter. Das war nicht feierlich. Das um 8 Uhr morgens. Das war nicht. Das war nicht. Das war nicht. Komm ich nicht hoch. Oh. Oh. Nein. Nein. Oof. Oh. 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 Das war's für heute. noch ein fahrstuhl Nein, nein, nicht noch einen. Oh Gott, nein, alles nur das nicht. Diesmal geht es auch schon gleich mit dem Fullspeed los. Oh, ist das ein Level, Alter. Da waren die anderen ja wirklich ein Pappenstil gegen. Nein, ach. Das ist ein hartes Level. Kann ich noch irgendwas machen, um das zu vereinfachen? Nein. Ich save mal. So. Das war aber schon ein harter Weg bis hierher. Ich guck noch mal, ob ich jetzt irgendwas kaufen kann. Ich hab jetzt sechs Bulls. I can shoot up to five Mega Boosters together. Das ist schon nice. A charge shoot will be charged to using lasershot. Okay. Das will ich nicht. Das ist schon nett. Das bringt nicht wirklich viel. Das ist halt schon ziemlich gut. Ich würd sagen, das kaufen wir uns jetzt. Das ist schon nice. Safen wir dann mal. Das soll es dann auch gewesen sein für heute. Aber Mega Band 8 haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Bis dahin!